Heute ist der 1. September. Ich habe schon gesagt, der Sommer geht langsam zu Ende. Wir gehen langsam Richtung Herbst. In der Landwirtschaft kommt jetzt die grosse Erntezeit. Aber ich sehe es auch bei uns zu Hause im Garten. Wenn die Rauben langsam rot werden, der hier der erste rote Raub auf unserem Sitzplatz mitbringt. Aber auch wenn du wie ich nicht in der Landwirtschaft arbeitest und du den Zusammenhang von Saat und Ernte nicht so jeden Tag vor Augen hast. Ja, Ernte ist für uns alle entscheidend. Wir alle leben von dem, der aus dem Boden wächst. Und je nachher darum ein metallisches Erntelied mitgebracht. Wir hören ihn in The Harvest von Kruachan. Wir hören ihn in The Harvest. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Musik Musik Dass ich mich in Ernte einbringen kann, ist nicht selbstverständlich. Es steckt viele Arbeit dahinter. Und gleichzeitig ist uns Menschen das Prinzip von Verbrauchbarkeit gar nicht verfügbar. Und darum singt man in einem Erntedanklied im reformierten Gesangbuch auch zurecht. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft den Heimbegehen Wuchs und Gedeihen drauf. Er sendet Tau und Regen und Sonn und Mondenschein, er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann bei Hände in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände. Kommt aber her von Gott. Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm dankt. Drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Mein thematischer Schwerpunkt heute Abend liegt aber nicht auf der materiellen Ernte. Erntedank ist wichtig, aber mich interessiert heute Abend mehr die Ernte im bildlich übertragenen Sinn. In diesem übertragenen Sinn findet man die Ernte auch mehrfach im Metal. Wie ist das mit dem metaphorischen Metal Harvest? Welche Songs kommen dir in den Sinn? Metal Harvest. Der erste Song, der mir in den Sinn kam, ist Harvester of Sorrow von Metallica. In diesem Lied geht es um einen älteren Teil, der versucht, seinem Elend durch Drogen und Alkohol zu entkommen und das alles schliesslich als innerer Familie auslässt, indem er sie verbrätscht und am Ende sogar umbringt. Die Ernte vom Tod, nein, die Ernte vom Kummer ist hier der Tod. Auch im Song Harvest von Opeth ist die Ernte ein Bild für den Tod. Ist dann ja eigentlich logisch, wird der Tod immer mal wieder als Sensemann dargestellt. Eben der, der die Ernte einbringt. Und auch auf dem letzten Album von Nightwish gibt es einen Song namens Harvest. Und auch die poetischen Zeilen des Lieds braucht ein Bild der Ernte im Zusammenhang vom Tod. Nämlich mit der Frage, was ist die Ernte? Was ist das Erb, das wir der nächsten Generation machen? Und dann bin ich auch noch über einen Song von Cannibal Corpse gestogelt. In Human Harvest. Da wird die Ernte als Bild für den unsäglichen Gräuel des Organhandels gebraucht. Das Ausweiten von Menschen aus Profitgier als blutige Ernte. Auch in der Bibel wird immer wieder nicht nur konkret materiell, sondern auch bildlich von der Ernte gesprochen. Zum Beispiel wird das Gericht von Gott über die Mächte vom Bösen als blutige Weinernte beschrieben. Aber in meinem persönlichen Unterwegs in der Metal-Szene in den letzten Wochen und im Monat hat sich mir ein anderes biblisches Erntebild immer wieder stärker aufgedrängt. Ich habe in der Szene in der letzten Zeit so viele offene, herzensteuerne Fragen gefunden. Menschen, die wegen dem, was sie von der Metal-Church wahrnehmen und in den konkreten Begegnungen mit mir erleben, ihre Herzen aufgetüren. Menschen, die die Relevanz der Kirche plötzlich neu sehen. Menschen, die wieder ausdrücklich nach Gott fragen. Menschen, die dort, wo ich mich interessiert und aufmerksam präsent bin und zuhören, plötzlich auch von etwas von Gottes Liebe erahnen. Das war nicht nur bei mir so, auch bei anderen aus unseren Kreisen, die in der Szene unterwegs waren. Ich bin kein Sieben-Sie. Ich bin einfach dankbar, wie Gott das braucht, was er mir geschenkt hat. Das, was er mich in diesen Jahren gerade auch durch alle schweren Zeiten dazu gefeilt und geformt hat. Und es fangen auch Türen auf institutioneller Ebene an, wo über die Präsenz- und Beziehungsarbeit der Boden dafür geleitet worden ist. Und es heisst, sich bei mir auch so viele Menschen gemeldet, von sich aus, wie noch nie, die eine Hilfe gesucht haben und ein Gespräch gebraucht haben in ihrer schwierigen Situation. Und man hat sich da immer wie mehr zwei Ernteworte von Jesus angefangen aufgedrängen. Einerseits, wo er sagt, war es noch vier Monate bis zur Ernte. Schaut auf, die Felder sind reif zur Ernte. Und andererseits, da ist eine grosse Ernte. Aber es hat nur wenige Erntearbeiter. Darum bittet der Herr von der Ernte, dass er Arbeiter schickt. Ich möchte hier noch einen Moment genau her schauen und mit euch an mein Herz teilen. Darum liest Jan uns jetzt den ersten Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, wo seine Worte daraus kommt. Matthäus 9 Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die grosse Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, Hier ist eine grosse Ernte. Aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bitte also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Bei mir persönlich klingt hier meine eigene Berufungsgeschichte zum Metal-Pfarrer an. Es war das Bild der Herde mit den schwarzen Schafen. Die schwarzen Schafen, die keine Hirte hatten, die Jim Laverde von Baron Cross 2007 und hatte auch den Eindruck in Gott zu sagen, der fehlende Hirte für die Herde sei ich. Es war kein Selbstläufer für mich. Eine lange Zeit prüfen und prüfen, ob Jim hier richtig gehört hat. Und es ist noch viel ein jahrelanger Weg bis heute vom Suchen und an Proben, was es dann konkret heisst, die Hirte von den schwarzen Schafen zu ziehen. Aber ich darf all diese Jahre Schritt für Schritt mehr und mehr davon verstehen und erleben. Und ich bin ja darum die letzten zwei Jahre intensiv unterwegs an Konzerten und Festivals. Aber wisst ihr, unterwegs will ich nicht einfach nur möglichst viele neue schwarze Schafen kennenlernen. An den Konzerten und Festivals habe ich einfach Zeit. Ich habe Zeit für euch, die sich schon zur Metal-Church-Herde erzählen. Wenn ihr Zeit mit mir verbringen wollt, dann kommt doch mit mir an die Konzerte und Festivals. Ich kommuniziere ja öffentlich, wo ich bin und sonst könnt ihr im Vorfeld fragen, ob ich dort und da bin. Wer weiss. Ich bin einfach mega dankbar der Kirche, dass mich die Kirche Vollzeit freigesetzt hat, um die Farrand für uns mit den Metal-Heads zu ziehen. Und genauso von Herzen danke ich euch für alles, was ihr euch schon engagiert in der Kirche und in der Szene. Sie hatten aber ein Glas. Ich glaube, wir stehen wirklich erst am Anfang. Bei allem die Tolle, die sich schon bewegt hat. Wir stehen erst am Anfang. Und es braucht noch viel mehr Erntearbeiter in der Metal-Szene. Wie sagt es Jesus? Hier ist eine grosse Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Darum ja. Bittet für mehr Menschen, die sich in der Metal-Church zugunsten der Metal-Heads engagieren. Bittet es Gott um geeignete Menschen, die sich aus der Komfortzone vom gemachten Nest aus der Abenteuer der Begegnung in der Szene wagen. Und hey, wir sind alle verschieden. Du musst nicht das Gleiche machen wie ich. Das ist mir ganz wichtig. Die Beiträge können einfach das Gebet sein. Oder das Beten mit dem Portemonnaie. Durch Spenden kannst du andere freisetzen als Erntearbeiter. Und wichtig, bei Gott zählt nie die Höhe des Betrags. Sondern nur dein Herz. Die anlässt uns jetzt noch den zweiten Ernteabschnitt aus dem Johannes-Evangelium. Sagt ihr nicht auch? In vier Monaten ist Erntezeit. Ich sage euch, macht die Augen auf und schaut euch die Felder an. Sie sind schon reif für die Ernte. Wer die Ernte einbringt, erhält seinen Lohn. Er sammelt die Frucht für das ewige Leben. So freut sich der, der sät, zusammen mit dem, der erntet. In diesem Fall trifft das Sprichwort zu. Einer sät und ein anderer erntet. Denn ich habe euch ausgesandt, um dort zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich abgemüht. Und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Ich habe es schon gesagt und wiederhole es gerne noch einmal. Wir sind alle verschieden. Und das ist gut so. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Mit unterschiedlichen Charakteren und Begabungen. Es braucht die, die den Boden vorbereiten. Es braucht die, die säen. Es braucht die, die bewässern. Die, die pflegen. Und vielleicht auch beschneiden. Und es braucht die, die die Ernte einbringen. So freut sich jeder, der sät, zusammen mit dem, der erntet. Kennen ist wichtig. Egal, ob seine Arbeit im Verborgenen oder für alle sichtbar ist. Ob sie angesehener oder unscheinbarer ist. Es braucht alle. Und das Ziel ist einfach die gemeinsame Freude. Wenn du selber Zeit und Kraft für das Seien und Ernten investieren willst. Und nicht weisst, was du tun sollst. Ob du, wo die Platz in dem Ganzen nicht sein könnten. Dann darfst du dich zum Beispiel gerne per E-Mail bei uns im offenen Ohr melden. Wir unterstützen dich gerne beratend und beim Suchen und Ausprobieren. Wo denn die Platz können sein. Und dann noch ein letzter Aspekt. Gestern Abend am Hochzeigsfest von Thierry und Damaris Eichenberger. Da hat Nadine, unsere Diakonin, ein cooles Quiz gemacht. Bibelspruch oder Metal-Song. Das Poupon musste je erwarten, ob ein Zitat aus einem Metal-Song stammt. Oder aus der Bibel. Nach dem Quiz, später auf dem WC, sagte Bernie Schlott zu mir. Hey, das Quiz hatte es in sich. Ist schon krass, wie diese Songzitate und Bibelfersen so ähnlich waren. Und thematisch so nahe. Das Quiz zeigt etwas davon, dass es den Widerspruch zwischen Glauben und Metal, den alle überall weitern, nicht per se gibt. Der Widerspruch besteht vor allem zwischen Metal und der Kirche. und vielen Arten des gelebten christlichen Glaubens. Der Widerspruch besteht zwischen Metal und diesen Arten des christlichen Glaubens, die wichtige Teile der Bibel ausblenden. Eben die kantigen, die deftigen, die blutigen Teile. Oder die Metaller sind eben sensibel für die Spielarten der Kirche und Christentum, wo das Reden und Leben nicht übereinstimmen. Aber ja, der grosse Widerspruch zwischen Metal und dem christlichen Glauben an und für sich, von vielen weiteren, der gibt es auch nicht. Und das merken die ersten Leute in der Metal-Szene so langsam aber sicher. Darum, die Felder sind reif zur Ernte. Ihr seid schon Teil von etwas Grossem, von Gottes Reich, das um sich greift in der Metal-Szene. Es passiert etwas, das niemand in der Kirche und auch in der Szene für möglich gehalten hätte. Die grosse Ermutigung für uns alle ist, wir sagen sie jetzt mutig, klipp und klar, die Zeit der Ernte in der Metal-Szene hat angefangen. Wir sind gewiss schon mehr als vier Monate am Sagen, schon ein paar Jahre. Andere von uns auch schon. Die Zeit der Ernte hat angefangen. Darum, bittet den Herr von der Ernte, dass er Erntearbeiter schickt. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuss und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes vorgeschreit. Amen. und Vielen Dank.